Hallo und herzlich willkommen bei ThinkSimple. Mein Name ist Katrin Grossmann. Ich bin Co-Founderin und zuständig für das Marketing hier bei ThinkSimple. Heute möchte ich euch in ein bis zwei Minuten etwas über unsere KI-gestützte Persönlichkeitsdiagnostik näher bringen, wie sie funktioniert, was für Auswertungen ihr erhaltet und wie ihr das Maximum aus dieser Auswertung auch rausholen könnt. In erster Linie, wir werten das Video inklusive dem ganzen Ton, Sprache, Mimik, Gestik, Wortwahl aus, sodass die KI-Engine euch im Endeffekt drei Ergebnisse liefert. Drei Ergebnisse im Hinblick auf eure Persönlichkeit. Als erstes das Big-Five-Modell. Das sind fünf Attribute eurer Persönlichkeit. Das Thema Gelassenheit, Aufgeschlossenheit, Extrovertiertheit. Das sind Themen, die in der Skala für euch als Endergebnis zur Verfügung stellen. Der eine oder andere kennt dieses Big-Five-Modell auch unter dem Namen Ocean-Modell. Als zweite Ergebnislinie geben wir euch ein Emotionsindex. Wie gelassen seid ihr gerade? Die typischen Emotionen, die man theoretisch auswerten kann, zornig, Freude. Das alles wird ein Endergebnis für euch bringen. Als drittes und last but not least haben wir für euch eine Sprachkompetenz Einblick. Das heißt, wie überzeugend ist eure Sprache. Alle drei Attribute und alle drei Ergebnisse liefern euch etwas mehr Klarheit über eure eigene Persönlichkeit und zeigt euch eure Stärken nochmal effizient auf. Diese könnt ihr letztendlich in eurer Bewerbung oder auch in eurem Mitarbeitergespräch nochmal besonders hervorheben. Wie funktioniert diese Aufnahme? Wir erzeugen ein Video und helfen euch, indem wir euch Fragen vorgeben. Das sind normale Interviewfragen, die jeder Recruiter euch stellen würde, bevor er euch zu einem persönlichen Gespräch einladen würde. Es hätten aber auch Mitarbeiterfragen sein können. Insofern, es geht der Maschine nicht um die inhaltlichen Antworten, sondern lediglich um die Art und Weise, wie ihr antwortet und auch um die Wortwahl. Insofern zeigt das Maximum an Mimik und Gestik, was ihr könnt, sodass die Maschine auch das Maximum für euch auswerten kann. Wenn ihr mit der Aufnahme freundlich seid und so fertig seid, dann habt ihr die Möglichkeit, euch das Video nochmal anzuschauen. Wenn ihr noch nicht ganz damit einverstanden seid, kein Problem, dann könnt ihr das einfach nochmal wiederholen. So oft, bis ihr ein Ergebnis habt, mit dem ihr persönlich auch sagt, das entspricht meiner natürlichen Persönlichkeit. Am Ende der Reise ladet ihr dann das Ergebnis hoch und so 10-15 Minuten später erhaltet ihr die besagten drei Ergebnisse, Big Five Modell, Emotionsindex und Sprachkompetenzindex. Wir freuen uns, dass ihr heute hier dabei wart und wünschen euch ganz viel Spaß bei den Ergebnissen und beim Ausprobieren und hoffen, dass ihr damit auch tolle Erkenntnisse für euch gewinnen könnt. Eure Katrin Grossmann von Think Simple. Eure Katrin Grossmann von Think Simple. Eure Katrin Grossmann von Think Simple. Vielen Dank.